So, willkommen zurück bei Downboard. Wir verziehen uns mal aus diesem heißen Gefilde. Glaube ich zumindest. Uns wird irgendwie kein Ziel angezeigt, aber das ist halt nur mal... Das einzige, was... Also wenn ich auf Q drücke, dann zeigt er zumindest in die Richtung. Also gehe ich jetzt einfach davon aus, dass das die richtige Richtung ist. Oh, was lädt er denn da so lang? Macht er doch sonst nie. So, stimmt, wir haben wieder neue Knochen für unseren Freund. Das heißt, wir können uns wieder was in die Richtung anhören. Ja, es ist öffnet. Äh, hä? Ach, da kann man holen. Äh, hä? Äh, hä? Äh, hä? Äh, hä? der mich jetzt echt noch erwischt der hund der so hier können wir auch noch irgendwie irgendwas machen sweet Äh, ja, was mir das so wirklich bringt, weiß ich noch nicht. Ich hätte zumindest jetzt auch kein Flüstern gehört. Und wenn es nicht so wichtig ist, ist kein Spiel, wo ich die 100% schaffen muss, glaube ich. Sage ich jetzt und dann am Ende heißt, ja, also hast du schon alle gesammelt, sonst... Ne, sonst hast du keine Chance. So, hören wir uns mal an, was er zu erzählen hat. Hey, that's a cool name, but if you don't mind, I think we should just call it The Mark. I plan to use it to come back from my dangerous journeys, to always find the way home when I went to study the movements of planets and stars. The irony is that the same device made me stuck in one place forever. Well, at least I meant you, and look at the bright side. Now I am relieved of my back problems. There are still many things I cannot remember. I need to think. When you are in my situation, you have to use your head. Okay, mehr da dann erstmal nichts zu erzählen. Lass mich raten, wir müssen wieder hoch. Ah, Gott sei Dank haben wir eine schnelle Reise dahin. Dann bin ich ja mal gespannt, was beim dritten noch dazu kommt. Boah, also ganz ohne sind die Sprungrätsel dann nicht mehr. Sind sie jetzt schon nicht mehr. Wobei es mir so ein bisschen so vorkommt, als ob das was neu dazu kommt. Schwer ist, aber alles, also das Neue jetzt ist schwer an sich. Aber alles andere nicht, wisst ihr, wie ich meine? Reicht uns das, um da rüber zu kommen. Ja, wunderbar. So, mal sehen. Fragt, wenn ich den zweiten hier reinsetze. Hey, are you here? I've got the second one. Just one to go, it seems. Well done. Put it on the pedestal and go rest for a while. Actually, hold on. Isn't it time you share your plans with me? We almost have all the relics. What happens after? For the moment. The only thing that matters is that we have to collect... You know, following a voice asking me to gather things without any explanation whatsoever is a little strange. Those relics are incredibly powerful. I need to know more before I go on with this. You have changed. Well, what I plan to do is to change this world for good. With the power of the three orbs, I can set this planet on the right course. But if controlling the movements of the planets is not enough, we will need something stronger. Like what? That's all you need to know. Riddles. That's all I can get out of you so far. Now rest. As soon as you're ready, go search for the third one. Maybe it wasn't a good idea to trust her on everything. I must be more careful and see how this all unfolds. So, Alpha-Planet können wir machen. Unter seinem Einfluss wird irgendwas nicht mehr dasselbe sein. Neue Wege freigeschalten. Well, besser late than never. Ich bin ja gespannt, was der dritte Planet so bringt. Planet Alpha. Hey, liegt schon richtig. Mit der Richtung, in die ich will. Oh, 500. Wir durften ja auch mal ausgeben, hm? Ich glaube, wenn wir sterben, sind sie weg. Oh, das? Das ist nicht ein Platz für mich. Das war eigentlich ganz nett, aber es ist hier. Würde man meinen. Okay, noch mehr Fast Travel Locations. Obwohl ich gar nicht weiß, wie Fast Travel funktionieren. So, da haben wir doch eine Statue. Also, bringen wir mal unsere Punkte irgendwo uns an. Also, wenn wir sehen, wir seit goats een paar Minuten. tacky'n passen. Gut! So, da haben wir doch mal sauber aufleveln können. Okay, jetzt haben wir die Schnellreiseportale freigeschalten. So, weil wenn ich jetzt hier, ist ja ein Loch. Ich jetzt E gedrückt halt, dann haben wir, achso, da sehen wir dann sogar, was wir alles haben. Irwin, da ist ein von drei Knochen. 0 von 2. Oh, uns fehlt ja richtig viel Zeug. Aber wie gesagt, das werde ich nicht alles suchen. So, gleich ein drittes Mal. Nice. Wie überaus praktisch. Wie ist doch sonst nicht so nett zu mir. So, schwimmen wir mal. Uh, zwei Bosse. Ja. Gegner sind ja eigentlich. Boss ist ja irgendwie das falsche Wort dafür. So, wir kommen einmal. Voll knapp, mein Freundchen. Muss auch. Ach, komm. So, danke. Okay, na wunderbar. Dann kommen wir wahrscheinlich einfach oben wieder raus. Uh. Ich trau mich Sachen, ne. Okay, das war ja irgendwie nix. Hier haben wir auf jeden Fall den nächsten Knochen. So, jetzt aber. Ja, es ist öffnbar. Ja, es ist öffnbar. Haha, es ist öffnbar. Okay, dann wollen wir, glaube ich, irgendwie da hoch. Oh, got it. Willkommen, Traveller. Diese Vosie. Ist das du? Ja, du hast mich gefunden. Ich bin... ...verlust in diesem Haus. Ich versuchte, um einen Artifikt zu sammeln. Ein Vogel. Ich wurde in der Zeit getrunken. Ich war in diesem Citadel, aber sie konnten nicht verstehen meine Ideen. Also, naja, wir hatten ein bisschen Verständnis. Kannst du mich finden, um mich zu freiwillig? Diese Vosie braucht drei Mechanismen, um zu befreien. Du musst die Planeten aktivieren, um zu gehen. Ich versuche. Wie sehr nett von dir. Okay, jetzt müssen wir aus jeder Richtung einmal dahin. Um die Planeten zu aktivieren. Ist halt nur die Frage, in welche Richtung ich gehen muss. Weil so richtig, richtig wirkt... ...noch keine auf mich. Ich bin jetzt einfach mal da rüber. Ach, ich kann ja... ...muss, glaube ich, die... ...Gravitation umschalten, oder? Sollen wir mal mit dem losfahren? Ach, Insel, hast du was für mich? Was Spannendes. So ein Mechanismus. Ja, ist doch ganz nett. Okay, mehr aber nicht. Ja, okay, wir müssen... ...jeden Planeten quasi einmal aktivieren, oder? Das wird sein. Das Rätsel ist Lösung. Schätze ich jetzt mal. Okay, ähm... ...heilen. Speichern. Und erst einen Planeten einschalten. Fangen wir mal mit Beta an. Nachdem der mir wieder... ...schwerste vorkommt. Das ist nur die Frage, in welche Richtung Beta ist. Ähm, ich glaube, wir müssen nochmal hoch zu ihr. Hey, offen ist... ...in dem Sinne... ...nix. ...schwerste vorkommt. ...schwerste vorkommen. also hochbaden kann man sich nicht also hier sehe ich gar nix dann ist besser vielleicht einfach erstmal der falsche planet das bringt irgendwie auch nix aber sie hat auch gesagt ne richtigen reinfolge oder dann war gamma der erste glaube ich so wann es denn halt geht man sich dazu bequem jetzt komm schon da ich wollte ganz sagen dann sieht man hier nämlich plötzlich auch was so so was kann ich hier ausmachen also irgendwelche selbstschussanlagen äh bring mich mal zurück mal da hochziehen kann ich mich auch gut zu wissen fast übersehen das die flüstern das ist nix gut wo kann ich euch ausschalten bitte das wäre überaus wichtig vielleicht ja da oben ne ist nur da super duper ich weiß nicht ob wir das einfach so schaffen nein so ja das war doof ich sag's euch ich sag's euch äh die macht mich fettig hier ist nix gut oder komm Autsch du machst schaden ich hab's verstanden komm komm spring hoch oh hoffentlich schaffen wir den auf einmal yes sehr gut sehr gut so bringst du mich jetzt dahin wo ich hin will wach bloß das ist nochmal ein 200er also ne hätte ich ja davor gar keine sammeln müssen das ist ja krass was man hier bekommt hm hm okay aber ich würd sagen wie es weiter geht sehen wir im nächsten Part von Downboard ich bedanke mich sehr herzlich fürs zusehen und würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal macht's gut bis dahin lasst ein Like da wenn es euch gefallen hat ciao schau os Untertitelung des ZDF, 2020